Was sind alle hier? Ich denke so. Hast du das Crack-Ricker? Ja, hier ist das Kumpel. Was kostet das? Ich weiß es nicht. Ich habe es vom Vater gestohlen. Ungefähr 500 Deutschmark. Vielleicht. Das ist gut. Sehr gut. Entschuldigung, ich gehe auf die Toilette, okay? Ja, das ist in Ordnung. Oh nein, Liesl hat mich gesehen. Entschuldigen Sie bitte. Gibt es hier Drogen? Nein, ich habe keinen Crack. Können Sie das noch einmal wiederholen, bitte? Ich habe keine Drogen. Erzähl mir keine Lügen. Schau, ich verstehe. Ich lehre dich von Lehren und Zeigen. Das machst du nicht. Was ist los? Was ist los? Du bist los. Du bist los. Oder du schade dir?